Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, mal eine Frage an euch. Was habt ihr eigentlich so für Arten? Was habt ihr so für Kolonien zu Hause? Und ja, ich würde gerne einfach mal so, wenn jemand hier das 5 Kolonien hat, dass er die einfach mal aufgelistet sozusagen in die Kommentare schreibt. Beziehungsweise alle anderen auch. Ja, einfach mal um zu sehen, was so gängig ist und überhaupt und würde mich einfach mal interessieren. Ihr wisst ja, was ich für Arten habe. Ihr seht das ja durch die Videos. Aber ich würde sagen, jetzt seid ihr einfach mal dran. Ja, und jetzt könnt ihr mir mal zeigen, beziehungsweise sagen, schreiben, was ihr so für Arten habt und wie lange ihr das Thema, das Hobby schon betreibt. Oder lasst euch was einfallen. Schreibt da einfach was Nettes rein. Hauptsache, die Anzahl der Kolonie stimmt, sag ich mal. Also, wenn ihr jetzt zwei Kolonien habt, schreibt ihr, ja, ich habe hier eine Lasius Neger und eine Meso Barbaros und bin echt glücklich damit und bla 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 bla. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, wer Bock drauf hat, kann mitmachen, wenn nicht, der nicht. Und ja, in diesem Sinne viel Spaß und bis zum nächsten Video. Peace.